Ja, und halt, aus selbstverständlich gesagt, man muss das hier reinigen und... Und diese Brühe, die Sie hier sehen, simbolizieren den Prozess der Santerie in Siloé. Unsere Raüste sind negros, esklavos afrikanos, und dann bestizos, die Santerie machen. Und sie machen das noch nicht in Siloé, sondern an einem Sero, das man nennt den Sero der Bandera. Da ist die Brüherie. Die verschiedenen Bevölkerungsdingen, also die Grundlage hier im Prinzip sind halt einmal die schwarzen Sklaven, die Mischlinge sozusagen, die Mistrisen. Und dann halt Lebsamhut sozusagen, die wir halt an diesen hexischen Glauben glauben. Das wird auch hier sehen wir praktizit, sondern auf einem anderen Berg.